Drei, zwei, eins. Jetzt. Wäre cool gewesen, wenn jetzt jemand reingekommen wäre. Ich verstehe, ich verstehe das nicht. Können Sie Gedanken lesen? Nein. Ich passe nur gut auf. Wie ich hörte, sind Sie ja auch so eine Art paranormaler Detektiv. Ist das richtig? Ich versuche der Polizei zu helfen. Und Sie helfen bei der Jagd nach diesem furchteinflößenden Serienkiller, Brad John. Brad John hält sich für einen Showman, einen Künstler. Er hat einen starken Sinn für Theatralik. Er hat bei seinen bisherigen Morden dafür gesorgt, dass das Gesicht an der Wand als erstes ins Auge des Betrachters fällt. Als erstes sieht er das Gesicht und er weiß es. Er weiß, was passiert ist. Er empfindet Grauen. Sind Sie ein Hellseher oder sowas? Haben Sie übersinnliche Kräfte? Nein. Was haben Sie da? Einen Wurm. Einen versteinerten Wurm. Das ist Ziegenkacke. Etwa ein halbes Jahr alt. Marvin Pettigrew. Marvin Pettigrew. Er war einen withouten vom Geheimdinsam Grad. Er hat się w seria, że der отдельальная Künstler zeigende Künstler. Ja. Ja. Tiger, Tiger. Du denkst, ach du Scheiße, hoffentlich kann der Typ nicht meine Gedanken lesen. Also Pizza. Wenn Sie sprechen wollen, bitte nicht mit den Füßen voran, sondern mit dem Kopf. Hey! Jane! Vielleicht waren Sie es ja doch. Und wenn... ...wird Justitia Sie holen. ... 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